da wären wir wieder bei let's play race of rome gerade eben wurde ich gerade angegriffen ich habe das können mal start gedrückt und jetzt muss ich mal sagen weiter geht's langsam mit den ohr so wunderschön aufgespießt das machen na komm rausziehen und so jetzt brauchen wir ein bisschen von der leiste würde ich mal sagen dass er da auch nichts tun können mehr sobald ich die da drin habe sobald ich sie hier da drin habe in der kombi können sie da nichts tun noch ein aufzug ja noch ein aufzug aber schaue ich noch mal hier um ich glaube hier gibt es ehrlich nichts mehr oder ab nach oben zu den bogenschützen würde ich mal sagen zu den massen anschützen da kommt was brüder er gehört mir okay hallo hübsche bodika schnittkommens wird mit den heftigen gangrad abgeschlossen stimme den abwehr ein du hättest nie herkommen sollen jetzt wirst du hier sterben damit leide dich und wie glaubst du wurde euer reich errichtet wir haben wir haben euch nicht gebeten hierher zu kommen die ist wirklich noch unterwegs ich werde alles tun um meinen Fuss zu schützen aber Fähigkeiten verbessern ja bitte ich muss jetzt wieder genug haben ja habe ich sogar gut zuwachs so hier haben wir Kampf haben wir nicht legendär ah hier haben wir das ja das können wir noch nicht machen das wird das freigeschaltet gut ähm da würde ich mal sagen so 30.000 kostet das nächste die Firma aber noch genug da so ups das war ich gerade nicht nein ich habe da Bock hier drauf zu kaufen und erneut versuchen natürlich jetzt lädt es natürlich wieder du hättest nie herkommen sollen jetzt wirst du hier sterben ich bemitleide dich und wie glaubst du wurde euer reich errichtet wir haben euch nicht gebeten hierher zu kommen ich werde alles tun vor um meinen Fuss zu schützen da komm und 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 Oh, oh. Die ist wirklich hartnäckig. Ja, die ist wirklich ganz schön hartnäckig. Ich muss doch rollen, gut. Nein. Erneut versuchen. Das geht ja letztlos wie bei Star Wars, bevor es anliegt. Sie haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um meinen Tod zu schützen. Hartenstack. Ich habe auch mal einen Schlag drauf, wie du. Na klar, rutschst du mir hin. Okay, rollen. Und rollen. Harder Schlag. Übrigens den Handschlag macht ihr mit B drücken. Was ist denn los? Doch nicht so mutig. Zack. So, das war schon mal. Kommt doch her. Der Harder ist was? Nächster Rang freigescheitert. Das war schon mal. Das war's, also das war's erstmal für diesen Port. Wie gesagt, ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.